Hey Leute, hier ist wieder mal, euer Sedevishorts und heute ein weiteres Video auf meinem Kanal. Heute auf der neuen Map, Jolin Shuffle, wie man die Vogelfähigkeit macht. Genau, dazu müsst ihr erstmal ins Dojo, wo die alte Dame sitzt. Die spricht hier natürlich wieder mal an, so wie auch in den anderen vier Fähigkeiten. Ich habe jetzt schon die Schlange gemacht, den Drachen und den Tiger und jetzt als letztes natürlich den Vogel. Es ist wie gesagt immer das gleiche, man muss 15 Kills machen, also Messern, 15 mal schlagen. Dann wie gesagt mit den Wurfsternen 25 Kills machen und natürlich mit derjenigen Fähigkeit 45 bis 50 Kills machen. Also halt mit der Fähigkeit auf L1. Ich habe es schon im vorigen Video gesagt, welche meine Lieblingsspezialfähigkeit ist. Es ist echt die Schlange, weil die haut echt mutiert heraus wie in Bio 3 und der hält auch einiges aus, muss ich sagen. Also finde ich meiner Meinung nach am besten. An zweiter Stelle finde ich natürlich den Vogel und ja, an der Stelle den Drachen und der Tiger, der wäre meiner Meinung nach nicht so besonders. Und wie gesagt, an zweiter Stelle der Vogel. Ja, hier seht ihr gerade mit den Wurfsternen, wie das funktioniert. Ich sage es auch nochmal in diesem Video, wenn ihr die anderen Teile nicht gefunden habt. Man kann in einer Runde mehrmals Getränke trinken, weil man, ich habe in einem Video gesagt, dass man pro Runde einmal das Getränk trinken kann. Das ist falsch. Es liegt immer an einer Stelle, nicht überall, ihr müsst es suchen. An einer Stelle ein Spot, wo ihr in einer Runde, also mehrmals die Fähigkeit nutzen könnt. Zweimal in einer Runde und nicht immer jede Runde einmal. Genau, das wollte ich euch sagen. Also da müsst ihr suchen. Ich mache das jede Runde, weil ich mir da keinen Bock habe, die ganze Scheiße zu suchen. Dann mache ich von mir aus lieber jede Runde. Und ja, das war gerade die Schiedkraft hier. Finde ich nicht schlecht. Haut auch viele Gegner weg. Und da jetzt sehe ich gerade die Spezialfähigkeit von dem Vogel. Das ist glaube ich ein Kranich. Ein Kranich ist aber auch ein Kranich. Er ist ja ein Vogel. Genau. Da drückt er L1 und R1. Dann sehen wir ihn dann auch. Wie gesagt, immer schön trainen. Das ist am besten. Haut ihr am meisten weg. Und bam. Weg sind sie. Genau. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer The Devil Shots. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.